So, der nächste Versuch, diesen Boss zu legen. Ich bin gespannt, ob wir es jetzt hinbekommen. Oh, warum springt er jetzt? Boah, das war knapp. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh nein, wie komme ich... Ah, okay. 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 Ey, warum hat sie da gerade Probleme mit? Okay. Okay. Ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist, aber es war okay. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist so ähnlich. Ey, ne, komm. Da fehlen mir die Worte. Oh mein Gott. Ich hab schon wieder vergessen, mir was zu trinken zu holen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist dieses Insane Beach? Achso, das ist ein Warpunkt. Okay. Okay. Da bin ich mal gespannt, was ist das jetzt für ein Level. Ey, das kann nicht sein. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ah, sehr nett. Oh nein, wir schauen wieder so ein AA Level. Oh nein, wir schauen wieder so ein AA Level. Ah, okay. Ich dachte, ich wäre falsch abgesprungen. Okay. Nimm deine Griffe da weg. Muss ich von hier oder von hier springen? Okay. Nein. Boah. Warte. Oh, ich dachte, ich hätte meine Maske verloren. Die war hinter der Wand weg. Oh Mann. Oh nein, keine Tiere wieder. Oh nein. Oh, das war knapp. Oh nein. Jawohl, ein Checkpoint. Sehr gut. Den kann ich gebrauchen. Äh. Okay. Okay. Ja, gut, dass man ein Checkpoint hat, ne? Das ist... Eieieiei. Eieiei. 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 Eieie. Jetzt habe ich meine Uga Uga Maske verloren. Oooo. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Uke, egal. Au, da, oh man, das haben wir nicht gesehen. Jetzt kann ich alles wieder neu machen, ne? Wir sind Perspektiven-Ding gewesen, aber ich habe auch nicht drauf geachtet, wo das hinführt. Guck mal, ich kann das ja jetzt schon verspeedbauen-artig hier. Oder, oh, das war mehr als knapp. Ei, 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 das war mehr Lack als Verstand. Ja, ich wusste gerade nicht, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt natürlich finde ich es nicht heraus. Oh nein, oh, meine ganzen Hände schwitzen auch gerade. Aber ich habe zwei Hände, ich habe nicht mehr. Meine ganzen Hände. Was? Das war wieder dieser scheiß Pixel. Ich stand drauf und er lässt mich dann trotzdem fallen. Ja, klar. Okay, warte mal. Oha. So. Okay, warte mal. So. Hier war doch hier was. Ey. Mann. Wie bin ich denn da gerade drauf gekommen? Hm. Fuck. Oh, das war knapp. So. Ja, ich muss da irgendwie auf den drauf. Aber, ja, toll ey. Null Leben. Sehr schön. Und tust. Ja. Oh Mann, ey. Zum Glück habe ich abgespeichert. Bei dieser Plattform hänge ich. Ich weiß nicht. Scheiße. Ey, 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 ey. Ich habe einfach zwei Leben mehr. Die machen viel aus. Oh Mann, dabei habe ich die erste Passage so gut geschafft. Oh, ich brauche gleich was zu trinken. Es ist so warm. Meine Stimme geht auch langsam weg. Ich voll. Ja, 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 ja. Oh, das war knapp. Arschloch. Nein. Nein. Das war's. Okay, die erste Passage krieg ich überraschend gut hin. Und jetzt kommt wieder mein Problem. Ich dachte, da war er letztes Mal ein Leben. Okay. Ich raff es nicht, ey. Jetzt verliere ich hier wieder, ich weiß nicht warum, es ist nicht, ja jetzt fängt das wieder an, dieses, diese Psycho-Spielchen, wenn ich einmal verkacke, dann verkacke ich die ganze Zeit, obwohl ich das die ganze Zeit geschafft habe. So, der war eigentlich auch einfach jedes Mal, wenn der draufkommt, dann sch- was? Ey, das habe ich die ganze Zeit gepackt. Was war denn jetzt anders als gerade, man? Ich habe genau dasselbe gemacht wie vorhin auch. Das kann doch nicht sein, weil ich gesagt habe, weil es einfach ist, darum, ich verstehe. So, einfach nicht weit genug. Oh nein, ey. Dass man hier immer auch wieder alles von neu machen muss, Mann. Es sind doch Sachen, die man schon drauf hat. Ernsthaft mal. Ich weiß nicht, was hieran so schwer ist. Ich kriege es einfach nicht hin, ey. Ich kriege es einfach nicht hin. Mann. Wieder alle leben weg. Nur an dieser selben Passage wieder. Ich verstehe es nicht, ey. Ah ja. So, der hätte ich nicht kriegen können. Das gibt es nicht, Mann. Ey, ohne Scheiß. Ja, fick dich. Mit null Leben will ich das hier eh nicht bestehen, ey. Kann nicht wahr sein. Boah, das war knapp. Ich weiß nicht, was an dieser einen Passage so schwer ist. Ich weiß nicht, warum ich es nicht hinbekomme. Ich kriege es einfach nicht hin. Das kann nicht wahr sein. Schnauze, ey. Nein. Ich weiß nicht, was da mein Problem ist. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was da der Fehler ist. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was da der Fehler ist. Ah. Weil die ersten Level. Die kriegen diejenigen so hin. Ich scheiße auf die Kisten jetzt. Jetzt ist er da hingeblieben, ey, meine Güte. Ach, ey. Ach, ey. Unglaublich. Alles ohne Probleme und dann nur an dieser einen Stelle. Ich verstehe es einfach nicht, ey. Ich weiß... Ah, okay. Das ist wieder, weil ich es einfach gesagt... Oh, Mann, ich will sterben, Mann. Das kann nicht wahr sein. Weil ich jetzt gesagt habe, an keiner Stelle Probleme. Er war da jetzt, ey. Okay, okay. Okay. Das war knapp. So, und jetzt wieder dieselbe Stelle. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht, warum ich sie die ganze Zeit verkacke. Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, mir fehlen einfach die Worte, weil... Ach, komm. Anstatt an dieser Stelle ein Save-Point zu machen, ey. Das man sich daran probieren kann und nicht an dieser Scheiße hier auffällt, Mann. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und täglich grüßt das Murmeltier. Okay, ich muss wahrscheinlich schnell springen. Okay. 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 Komm ich irgendwie durch? Okay. Okay. Na, fuck. Oh, Glückwunsch. Endlich. Das war's. Das war's. Nein, einer fehlt, verdammt Axt. Das wär unser Savepoint gewesen. Okay. Oh nein, okay, man muss da hoch, okay? Okay. In welche Richtung? Okay. Okay. Marken, jedes Mal derselbe Fehler. Okay. Ach komm, nein, 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 nein. Das seh ich nicht ein. Das ist doch jetzt lächerlich. Alles wieder so gut gemacht und dann häng ich mich jetzt hier an einer Stelle auf. Ja, das war so klar. Alter, ey. Oh nein, das ist hier wieder. Oh nein, 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 nein. Ich könnte den Controller kaputt machen, ey. Wenn er jetzt nicht eh schon kaputt wäre. Ja, da war's. Ich kann mich jetzt nicht hervor. Ich kann mich jetzt. Ich kann mich jetzt hier schwimmen. Und ich kann mich jetzt nicht nachfass. Ich kann mich auch hier ab, wenn ich nicht mehr so kümge. Und ich kann mich mit so kümge bin. Ich kann mich einfach mal auf. Ich bin so schoen, wenn ich heute mich so kümge. Ich kann mich jetzt mal so kümge. Ja, jetzt schaffe ich diese Stelle nicht, das kann nicht wahr sein, ey. Einlehnen nur noch, ey, Kacke. Okay, das geht auch so. Okay. Ja, achso, jetzt kriege ich hier keine Maske oder was, ja, okay. Ich hätte gedacht, dass ich wenigstens eine Maske bekomme. Okay, ich beende hier die Folge, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr, tut mir leid. Das war's, halt die Schnauze. Ich werde das gleich für mich nochmal probieren. Ich werde ein paar Lehm sammeln und dann werde ich diese ganze Schnauze. Weil ich, ich muss, Wusa, ich muss das für mich machen. Weil ich stehe auch unter Druck, wenn ihr mir zuseht. Macht's gut, tschüss.